so ich brauche aber mal ein bisschen cash jetzt ich habe die dinge aufgestellt weiß bis heute nicht wo sie stehen diese brauche ich ach komm das ist doch ne scheiße hier ich wollte ja noch von hinten fahren warte ich fahre noch schnell youtube warte ich muss noch was abholen oder was macht er dahinten ich hab keinen führerschein pass doch auf der arme junge und tesla guck verpiss dich keiner hat dich lieb ja mittelfinger kannst du raushalten ne oh scheiße ja bruder schau wie knapp vorbei hast du gesehen du hast dich voll angeschickt guck mal wie braun er da ist schau mal bruder kurva guck wie braun er ist guck hat sich eingestürt grad die söcke mal was ist denn da los der was ist denn da los ja bruder warum was machst du für eine scheiße bruder ich wollte nur vorbeikommen ich bin verdeckt polizei bruder mach doch weg jetzt den scheiß alter waller macht den weg was soll denn das das habe ich jetzt aber echt nicht verdient wunden ach komm so eine scheiße kommt dich doch einfach 162 hoffentlich kommt es an drüben bei ihm und das lassen wir jetzt einfach so ein bisschen durchschallern das ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt die der dank dafür ich muss jetzt mich beginnt irgendwie ins krankenhaus schallert sich immer das mal schau schön über ob es beim durchschallert warte mal eiieieieiei ahahahajaja schallert durch ahahahah ahahahahaha ich glaube es hat durch ich glaube es hat durchgeschessen warte mal ahaha ja schaut doch da hat er sich doch gefreut warte mal es ist einfach wieder so reingeschaltet ich feier es er hat da sofort dieses stück scheiße weißt du dich am ende des streams klaute mein scheiß auto dieses stück scheiße bei anderen gibt es diskussionen echt jetzt alter leute bitte geht nicht rüber und regt euch auf dass ich jetzt dass ich jetzt gesagt dass das so ein stück scheiße ist das ist bitte nicht ernst gemeint bitte jetzt irgendwie rüber meldet und andere beleidigen anfängt dann seid ihr unehrenhaft und dann könnt ihr euch von meinem stream und meinem ganzen content auch verpissen wer wer andel blöd kommt der also wenn andel jetzt da deshalb hate bekommt also für alle die jetzt gerade rüber gegangen sind und sich bei ihm gerade beschwert haben und aufgeregt haben die sollen sich bitte von meinem kanal bitte direkt die abonniere und sich verpissen weil ganz ehrlich wer meinen besten freund beleidigen muss nur weil ich dafür beleidigen ich darf das andere darf auch nicht beleidigen aber jetzt irgendwer irgend so kleiner stritzel so ein kleines kind jetzt rüber meldet und andel anfängt zu beleidigen dann soll er sich wirklich aus meinem stream verpissen hat unehre verdient von mir und er kann sich bitte bei mir dann auch direkt verpissen das wäre sehr schön als ich von selbst verpissen könnte nein ich habe sie gerade aus dem server geworfen weil ich das gelöscht habe ich wollte und er hat hat jemand hat probiert die ressource zu starten ich glaube anladen hat probiert diese ressource zu starten hat nachgeguckt und wollte mir ganz rein pfeffern ich würde so lachen wenn das jetzt andere war das tut mir übelst leid also war ja sicher was andere wollte ich zurückgeben und dadurch dass ich rausgenommen habe ging es natürlich nicht anders so geil ich feiere andel das war es war gerade andel sein verschulden ich kann nicht mehr andel alter er hat mich den comment eingegeben und dadurch dass das dass das skript rausgenommen hat hat das ganze server hat er schallert hat er immer stream nicht nachgeguckt wie der wie der befehl hat ich das jetzt nicht schau wie er meine id noch eingegeben hat dieses stück scheiße ich kann nicht mehr schau wie es weggeschallert hat man das sind nicht gerade alter das ist ja heftig gewesen sein ich feiere das skript aber ich glaube ich glaube wir müssen so restarten